Herzlich Willkommen zu einer weiteren Veranstaltung auf der Begehung unseres Archipel Jugoslawiens von 1991 bis heute. Eine der Ursprungsideen unseres Programms war, dass es in diesem Jahr 30 Jahre her sind, dass der Vielvölkerstaat Jugoslawien auseinandergegangen ist und zerfallen ist. Aus diesem Anlass haben wir 15 Essays bestellt von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Essaystinnen und Essaysten aus allen sieben Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, also Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Slowenien, Serbien und Montenegro. Und wir wollten von den verschiedenen Stimmen hören, wie blickt man heute auf diesen gemeinsamen Staat zurück von einst. Wir haben verschiedene Generationen gefragt, wir haben verschiedene Geschlechter gefragt. Ich glaube, unser ältester Autor ist in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts geboren und unsere jüngste Autorin 1982. Sie ist auch heute mit in dieser Runde. Und was wir bekommen haben, ist eine unglaubliche Essaysammlung, die Sie auch als Ganzes online nachlesen können. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir diese Reise über diesen Archipel Jugoslawien gemacht haben. Denn was wir bekommen haben, sind sehr persönliche Geschichten. Das war auch explizit unser Anliegen, zu hören, was haben die letzten 30 Jahre aus, und hier kann ich mich auch selber einreihen, aus unserem Leben gemacht. Unsere Gesprächspartner heute sind Vertreter von insgesamt drei verschiedenen Generationen. Der älteste von ihnen, Faruk Shechic, wurde 1970 geboren. Der sechs Jahre später Geborene ist Tomislav Markovic. Also Faruk Shechic ist aus Bosnien, Tomislav Markovic ist aus Serbien. Und die jüngste in der Reihe 1982 geboren ist Blerina Rogova-Gadja. Sie stammt aus dem Kosovo oder aus Kosova. Ich weiß, es ist immer eine Gratwanderung und auch eine Zumutung von Schriftstellern und auch von Lyrikern. Und alle drei in unserer Runde heute sind auch Lyriker, zu verlangen, dass sie sich auch politisch äußern und geschweige denn, dass sie politische Analysen machen müssen oder gar vorhersagen. Nichtsdestotrotz werde ich mich versuchen, diesen beiden Themen und der Gratwanderung zwischen Homo poeticus und Homo politicus, denn alle unsere drei Autorinnen sind das, so anzunähern. Und ich hoffe, dass sie bereit sind, diese Spannweite zwischen Poesie und Politik mit mir heute zu gehen. Ich würde gerne mit dem Ältesten in der Reihe hier anfangen. Und das ist Faruk Shechic. Wie gesagt, 1970 in Bosnien geboren. In seinem Essay sagt er, dass eine Apokalypse am 21. April 1992 begonnen hat. Er ist ein Schriftsteller, der inzwischen als die Stimme einer oder seiner Generation gehört, die auch gerne als die verlorene Generation bezeichnet wird. Das kommt nicht von ungefähr, denn er ist mit seinen knapp 22 Jahren als freiwilliger Soldat in den Krieg gezogen, um das Land Bosnien-Herzegowina zu verteidigen. Und dass er nicht nur Soldat ist, der auch bis zu 130 Mann anführen kann, wenn es sein muss, sondern auch ein sehr starkes poetisches Innenleben hat und ein lyrisches Innenleben, beweist die Tatsache, dass er schon sehr viele Lyrikbände geschrieben hat, aber auch Prosa-Bände, Kurzgeschichten und einen Roman. Und für sein Schaffen ist er, ich glaube, in allen Ländern des ehemaligen Jugoslawiens ausgezeichnet worden, aber auch international. Und seine Werke sind in über 15 Sprachen übersetzt. Auf Deutsch liegt uns vor das Buch Abzeichen aus Fleisch. Es ist eine Auswahl seiner Lyrik, die in Editionen Korrespondenzen erschienen ist. Lieber Faruk Shekic, ich freue mich sehr, dass du heute mit uns bist. Und dein Essay, die apokalyptische Uhr, hat als den Mittelpunkt deines Erzählens das Thema Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute dabei zu sein, mit dir, mit Thoma und Berina. Es ist ja ein lateinisches Sprichwort. Die Zeit heilt alle Wunden. Ich denke, manche Wunden kann die Zeit heilen, manche nicht. Das ist sehr widersprüchlich. Die Antwort ist widersprüchlich, nicht wahr? Und es kann nicht präzise sein. Für den einen heilt die Zeit gar nichts. Sie macht es nur schlimmer. Ein anderer ist in der Lage, ein Kriegstrauma oder ein anderes Trauma zu überwinden. Manche Menschen werden zu Gefangenen ihres Traumas für ewig. Sie bleiben immer im gleichen Kreis. Jemand anderer kommt raus aus diesem Kreis. Also, das ist natürlich individuell, so wie jede andere Sache. Ja, das verstehe ich. Du erzählst aber deine Geschichte, in der ich gelesen habe, dass die Zeit doch ein wichtiger Faktor ist. Denn du sagst, es gibt eine Teilung in die Zeit vor dem Krieg und nach dem Krieg. Dann führst du in deinem Essay sehr oft an, hätte uns es jemand gesagt, aber wir hätten es damals nicht verstanden. Ja, die Zeit ist da für mich ein technisches Mittel. Der Wechsel von Zeit und Raum, beispielsweise in meinem Buch Geschichten mit einem Urmechanismus oder das, woran ich jetzt arbeite, oder in dem Essay, den ich für euch geschrieben habe, ist also ein technisches Verfahren, das es mir ermöglicht, ein zersplittertes Gedächtnis zu zeigen, die Zersplitterung der Erinnerung. So wie bei der banalen Metapher, einen zersplitterten Spiegel und so weiter. Dadurch kann ich umher springen. Ich muss mich nicht an eine lineare Erzählstruktur halten. Diese ist ohnehin schon lange überholt. Und ein Leitgedanke für mich sind beispielsweise einige Sätze aus dem Interview von Olga Tokarczuk, als sie im Westen gefragt wurde, warum sind ihre Bücher fragmentarisch, warum sind ihre Bücher so zersplittert? Sie antwortete, weil die Hauptstadt meines Staates dem Erdboden gleichgemacht wurde. Wir haben nicht die Tradition wie die Menschen im Westen. Sie können in Archiven jedes Stück der Vergangenheit finden. Diese Aussage von Olga Tokarczuk gefällt mir. Sie erleichtert mir mein eigenes Schaffen. Das heißt, die Zeit, mit der ich arbeite, ist eine zersplitterte Zeit. Die unzählige Stücke und auch der Raum. Sie vermischen sich miteinander. Und das ist dann wie eine Melange, eine Kugel, wie bei Borges ein Aleph, ein kleiner Punkt in Zeit und Raum, wo viele Dinge sichtbar werden. Das ist also mein Verfahren. Und natürlich gibt es da eine Teilung von Zeit und Raum beim Jahr 1992. Es gibt etwas davor und etwas danach. Eine solche Teilung haben alle Menschen, die im Krieg gelebt haben, die in Postkonfliktgesellschaften leben, und Bosnien ist diesbezüglich am schlechtesten weggekommen, in Bezug auf Krieg. In deinem Essay nennst du die Postkonfliktgesellschaft, wie sie politisch korrekt genannt wird, nennst du eine postapokalyptische Gesellschaft. Haben wir alle, die diese Apokalypse in einer Art und Weise miterlebt haben, die Möglichkeit, diese Zeit auch anders zu sehen als eine Apokalypse? Ich habe nichts gegen den Begriff der postapokalyptischen Gesellschaft. Das, was ich in meinem Essay geschrieben habe und in dem Manuskript, an dem ich arbeite, ist ein Satz, an den ich mich nicht wörtlich erinnern kann, aber er lautet in etwa so. Es gab niemanden, der uns sagen konnte, in was für eine Zeit wir nun nach dem Krieg leben. Es sind die Ausländer, die das sagen. Postkonfliktgesellschaft. Ich verwende diesen Begriff ironisch. Das ist sehr ironisch. Das ist ein Newspeak-Ausdruck der europäischen Bürokratie, der mich entsetzt. Aber es gibt diesen Begriff. Aber ich will jetzt nicht abschweifen. Also, es gab niemanden, der uns hätte erklären können, in welcher Zeit wir uns jetzt befinden. Wie diese unsere Zeit heißt, in der wir nach dem Krieg leben. Gut, der Raum war uns mehr oder weniger klar. Wir wussten, es ist ein Land, das aus dem Krieg herausgekommen war, das formalrechtlich existiert, aber das auf sämtlichen Ebenen seiner Existenz zerstört ist. Wir leben also nach der Zerstörung einer Gesellschaft. Und für mich ist die beste Beschreibung dafür eine Welt, wie wir sie in den Filmen sehen, in denen eine Postapokalypse beschrieben wird. Amerikanische Hollywood-Filme. Wir haben das also erlebt, ohne uns dessen bewusst zu sein. Ich weiß das heute. Und deshalb benütze ich diesen Begriff, die postapokalyptische Welt, nicht wahr? Wir konnten es damals nicht wissen, wenn du 20, 30 Jahre alt bist oder so. Wir waren nur damit beschäftigt, zu überleben. Das war unser Job. Unbewusst. Wir haben überlebt. Wir haben Städte, Häuser aufgebaut. Wir haben versucht, wieder von vorne anzufangen. Wir haben gewissermaßen zwei Anfänge. Wir haben eine echte Kindheit, aufwachsen, dann eine Unterbrechung. Und dann haben wir wieder, nicht eine Kindheit, aber wieder einen Neuanfang, einen Anfang des Lebens. Wir haben mehrere Leben. Das ist jetzt diese Welt. Aber ich habe jetzt ein anderes Verhältnis dazu. Manche Ruinen sollte man gar nicht sanieren, gar nicht. Es ist nicht möglich. Das ist eine unmögliche Suche. Aber wir mussten es so machen. Wir mussten Häuser und Wohnungen wieder aufbauen, weil wir den obsessiven Wunsch hatten, in die Vorkriegszeit zurückzukehren. Es war unsere Suche nach der Idylle, nach der Vorkriegsidylle, wie eine ursprüngliche Rückkehr zu einem idyllischen Leben, die nicht möglich ist, denn dieses Leben war bereits zerstört. Aber eine solche Rückkehr wird im Laufe der Zeit ohnehin verunmöglicht, auch ohne Krieg. Eine solche Rückkehr wäre unmöglich aufgrund von Melancholie, Vergehen der Zeit und so weiter. Das ist Nostalgie. Aber das, womit wir es hier zu tun haben, ist keine Nostalgie. Jetzt hast du mir gerade ein gutes Schlagwort gegeben, nämlich du hast selber das Wort Nostalgie gesagt. Empfindest du etwa Nostalgie gegenüber diesem gemeinsamen Vielvölkerstaat Jugoslawien? Meine Antwort darauf ist im Prinzip ein zweischneidiges Schwert, mindestens zweischneidig. Ich denke, Jugoslawien ist, und das ist nicht meine Definition, sondern von Boris Buden, er hat gesagt, Jugoslawien war das goldene Zeitalter der Südslaven. Da sind dann die Albaner nicht mit inkludiert, oder die Ungarn und so weiter. Beziehungsweise sie waren inkludiert, aber Buden hat die Südslaven betont. Das hat er nicht in einem schlechten Sinn gemeint. Ausgehend von diesem Aspekt bin ich mir dessen bewusst, dass alle Staaten in diesem Raum niemals dieses Niveau von damals wieder erlangen werden, im Hinblick auf eine kulturell-zivilisatorische Entwicklung, wie es im ehemaligen Jugoslawien war. Dabei hatte dieser Staat eine Million Mängel, unendlich viele Mängel, eine endlose Reihe. Ich spüre selbstverständlich Nostalgie in Bezug auf meine Kindheit oder meine Jugend, die im Rahmen dieses Staates stattgefunden haben. Das ist unweigerlich miteinander verbunden. Das ist ein Trauern um die eigene Jugend, aber auch ein Trauern um diesen Staat. Das ist nicht voneinander zu trennen. Das hängt zusammen wie ein Kitt. Ich habe nicht in der DDR gelebt. Meine Nostalgie muss eine Nostalgie nach Jugoslawien sein und nicht nach Texas oder nach irgendeinem anderen Staat. Die Nostalgie betrifft unweigerlich den Raum und die Zeit, in denen man gelebt hat. Logischerweise spüre ich Nostalgie. Ja, ich habe das, diese Jugo-Nostalgie. Aber ich bin kein obsessiver Anhänger dessen, dass man in die Vergangenheit zurückkehrt. Denn was soll man dann mit der Gegenwart tun? Was soll ich mit der Zukunft tun, wenn ich ständig in einer Zeit und in einem Raum gefangen bin? Und viele Menschen sind darin gefangen, insbesondere Menschen, die der Boom-Generation angehören, die sogenannten Boomers. Die Nostalgie ist also eine gänzlich legitime Sache, ein gänzlich legitimes Gefühl. Ich habe nichts dagegen. Aber leider bin ich mir zugleich dessen bewusst, dass Jugoslawien in Massengräbern und Konzentrationslagern geendet hat. Es endete in groß angelegten ethnischen Säuberungen, die wir zuerst in Bosnien gesehen haben, dann im Kosovo. Dieses Jugoslawien in seiner Endphase, in der letzten Phase seines Bestehens, als es schon im Zerfall begriffen war. Dieser Zerfall begann allerdings schon in den letzten Jahren vor dem Krieg. Deshalb ist das zweischneidig. Denn einerseits spüre ich eine Nostalgie, natürlich. Aber wenn ich beispielsweise an die Flagge denke, dann spüre ich keine Nostalgie, weil von der anderen Seite des Flusses unter dieser Flagge Gewehrkugeln und Granaten zu uns herüberflogen. Also ein sehr komplexes Gefühl. Ich würde sehr gerne dieses Gespräch mit dir fortsetzen, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. Und jetzt stelle ich unseren nächsten Gast vor, der schon wie angekündigt sechs Jahre nach hier geboren wurde, 1976 in Serbien. Er heißt Tomislav Markovic und ist Essayist, er ist Schriftsteller, er ist Lyriker und was ich auch sehr spannend finde und so habe ich ihn auch kennengelernt, er ist Satiriker. Ich und viele andere können ihn als Kolumnisten lesen auf verschiedenen Internetportalen in der ganzen Region Südosteuropa. Nämlich er schreibt für ein montenegrinisches Portal, er schreibt auch für zwei bosnische-herzegowinische Portale, er war auch der Chefredakteur, also der stellvertretende Chefredakteur von E-Novine bis einschließlich 2016. Er ist selber ausgezeichnet worden, denn er erzählt in Serbien zu jeden Schriftstellern, die keine Lust haben auf die gängigen Wahrheiten, mit den gängigen Wahrheiten auf die einzugehen und sie anzunehmen. Tomislav Markovic in deinem Essay-Leben am Tatort sagst du, dass Jugoslawien nicht erst 1991 zerfallen ist, als Slowenien und Kroatien die Unabhängigkeit erklärt haben, sondern dass das schon viel früher passiert ist. Kannst du uns das bitte erläutern? Zunächst danke für die Einladung. Ich freue mich heute mit euch da zu sein. Das ist eigentlich eine These von Sritja Popovic. Er hat einen Text über den Zerfall Jugoslawiens geschrieben und laut ihm zerfiel Jugoslawien im September 1990, als Serbien eine Verfassung verabschiedete, in der in einigen Paragrafen eigentlich Jugoslawien nicht anerkannt wird. In einigen dieser Paragrafen wird Serbien aus dem gemeinsamen Staat herausgenommen und über den Bundesstaat gestellt. Das bedeutet faktisch eine Abspaltung. Milosevic hat nicht buchstäblich Serbien abgespaltet, aber er hat alles getan, was er konnte, um Serbien über Jugoslawien zu stellen. Da Sritja Popovic Jurist war, interpretierte er dies von einem rechtlichen Standpunkt aus. Und demzufolge ist das ein Moment, in dem eine Republik sich abspaltet. Daher sind alle Anklagen, die aus Serbien kamen, an die Adresse von Slowenien und Kroatien, von wegen, sie hätten sich abgespaltet, sie hätten Jugoslawien verlassen. Das sind bizarre Anklagen. Denn eigentlich hat Serbien sich als erstes abgespaltet, wenn auch nicht auf eine buchstäbliche Weise, sondern eben auf eine Weise, wie Popovic sie in seiner Studie darlegt. Es gab da auch noch andere Daten, es gibt auch kein genaues Datum, sondern es wurde ein Prozess in Gang gesetzt. Und viele haben daran gearbeitet. Ich erinnere mich an den Brief von Bogdan Bogdanovic, den er nach der achten Sitzung an das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei verfasste. Und an Slobodan Milosevic, indem er festhält, dass das, was bei der Sitzung ausgesprochen wurde, im Grunde Krieg bedeutet. Das führt zum Krieg und zum Zerfall des Landes. Es ist also schwierig, den genauen Zeitpunkt festzustellen, wann der Zerfall begonnen hat. Aber ich denke, in einem rechtlichen Sinn hat Ritja Popovic recht. Es könnte also der September sein, als Milosevic, der immer mehr Macht über ein immer größeres Territorium erlangen möchte, wenn möglich, in Jugoslawien, wenn nicht, dann in einem Restjugoslawien oder in einem Großserbien oder wie auch immer man das bezeichnet hat. Er setzt jedenfalls in diesem Augenblick seine Macht in Serbien. Absolut. Und ist diese These in Serbien eigentlich weit verbreitet oder kennt man sie überhaupt? Gibt es viele Leute, die so denken wie du? Ich denke, wenn du diese These hier vorbringst, dann denken die meisten, du seist soeben erst aus dem Irrenhaus herausgekommen. Es ist sehr schwer, jemanden von notorischen Fakten zu überzeugen, aber wir leben hier in einem Zustand der Verleugnung von etwas, das in der letzten Phase Verbrechen und Genozid bedeutete. Also das ist nicht weiter verwunderlich. Man kann hier den Leuten einfach nicht erklären, dass der Himmel blau, das Gras grün ist, dass in Srebrenica ein Genozid stattgefunden hat und welche Verantwortung Serbien für alles, was passiert ist, trägt, beziehungsweise das serbische Regime, die Intellektuellen, die Literaturszene, die Akademie der Wissenschaften, die Kirche und alle anderen, die daran teilgenommen haben. Seit 30 Jahren hat sich hier ein Narrativ verfestigt, bei den meisten Menschen, die sich damit befassen. Es gibt ein ganz anderes Bild, von wegen die Slowenen seien schuld, die Kroaten seien schuld, die Albaner seien schuld. Angeblich hätten alle Jugoslawien zerstören wollen und nur Melošević hätte es bewahren wollen. Aber keines dieser Narrative beruht auf Tatsachen, sondern jeder versucht, auf seine Weise die Vergangenheit neu zu interpretieren und die serbische Seite von der Schuld reinzuwaschen. Und das ist das Problem. Wir werden Zeugen von etwas, das man als die Ohnmacht des Offensichtlichen bezeichnen könnte. Es ist schwer, einige elementare Tatsachen zu erklären, so wie Sridja Popovic es versucht hat, über die Verfassung aus dem Jahr 1990, denn dort steht in einem Paragrafen, dass Serbien seine eigene Außenpolitik führt. An einer anderen Stelle steht, Serbien erkenne die Entscheidungen von Bundesorganen nicht an, sofern diese nicht im Interesse Serbiens sind. Und das bedeutet im Prinzip eine Abspaltung. Aber das sind elementare Dinge, die man hierzulande niemandem erklären kann, beziehungsweise einer Mehrheit der Leute nicht erklären kann, denn viele leben noch immer in ihrer geschlossenen Welt der Propaganda, die seit 20, 30 Jahren andauert. In einer kürzlich durchgeführten Umfrage wurden Menschen gebeten, auf die Frage zu antworten, was ihrer Meinung nach in Srebrenica 1995 passiert ist. Und 12% antworteten, ein Genozid. Ich denke, diese 12% sind jene, zu denen wir mit einem etwas anderen Blickwinkel durchdringen können, beziehungsweise ist das gar kein etwas anderer Blickwinkel, sondern er beruht einfach auf elementaren Tatsachen. Und auch meine vorerst letzte Frage an dich ist, was kann ein Schriftsteller in diesen Zeiten machen? Es gibt ein Gedicht von Brecht, wo er sagt, man wird nicht sagen, wir lebten in einer Zeit, in der es windig war und alles mögliche passiert ist, sondern man wird die Leute fragen, warum haben eure Dichter geschwiegen? Ich denke, was ein Dichter tun kann, wenn ihn all das trifft, ist, darüber zu schreiben. Jemand kann es durch literarische Werke tun, das hängt von der eigenen Sensibilität und Neigung ab. Man kann den Leuten ja auch nicht vorschreiben, worüber sie schreiben sollen, aber ich denke, es betrifft alle Leute und dieses Leugnen ist ein literarisches Thema par excellence. Aber wenn ein Autor nicht dazu neigt, in Prosa oder Poesie darüber zu schreiben oder in einer anderen literarischen Form, kann er auch öffentlich als Intellektueller auftreten und seine Meinung offen sagen. Ich denke, das ist er den Menschen um sich herum schuldig und auch den Menschen in den Nachbarländern, denen unser Land und Leute aus unserem Land fürchterliches Leid angetan haben. Insofern denke ich, es ist absolut notwendig. Aber das Problem ist, in diesem System zahlt sich das nicht aus. Und ein Mensch, der beschließt, die Wahrheit zu sagen und sich dem offiziellen Standpunkt des Verleugnens zu widersetzen, kann damit rechnen, dass er zahlreiche Probleme haben wird. Daher neigen nicht allzu viele Menschen dazu. Wenn sich das irgendwann entspannt, wenn sich in unserer Gesellschaft etwas weiter bewegt, dann werden immer mehr Menschen darüber sprechen. Die Literatur kann nicht allzu viel. Die Literatur und auch der Journalismus oder ein öffentliches Auftreten. Man darf von der Kunst nicht erwarten, die Arbeit der Politik zu machen. Nur durch Politik und durch eine ernst zu nehmende politische Organisation können sich die Dinge wesentlich ändern. Das habe ich schon einmal gesagt. Poesie, Essays und Prosa geschrieben, dann hätten sie nie die Gesellschaft, in der sie lebten, verändert. Sie waren auch in der Kommunistischen Partei. Später kämpften sie gegen die Faschisten im Zweiten Weltkrieg. George Jovanovic kam ums Leben auf dem Berg Avala. Er wurde, wenn mich nicht alles täuscht, von Tschetniks umgebracht. Während Oskar Daviccio den Zweiten Weltkrieg überlebte Ich denke also, es gibt da eine Verpflichtung. Es kann nicht sein, dass die Dinge, die passieren, dich nicht betreffen, noch dazu so radikale Dinge wie die Eruption des Bösen bei uns. Aber man darf von der Literatur nicht erwarten, dass sie die Welt rettet. Aber die Literatur kann das eine oder andere Individuum retten. Und das ist nicht wenig. Aber es kann auch den anderen und lesenden viel Trost geben. Der dritte Gast in unserer Runde schaltet sich aus Pristina dazu. Sie heißt Blerina Rogova Gadja und ist 1982 geboren. Ich bin auch 1982 geboren und kann mich erinnern, dass ich in Bosnien Herzegowina die letzte Generation von Titus Pionieren war. Sie ist selber Lyrikerin, sie unterrichtet an der Universität, ist auch Journalistin, schreibt für das investigative Netzwerk Birn und auch für eine Zeitung und ist eine mehrfach ausgezeichnete Lyrikerin in ihrer albanischen Sprache, ist aber auch international anerkannt mit dem Wilenitzer Preis, den sie dafür erhalten hat. War es in Pristina oder im Kosovo im Jahr 1989 auch gleich, hast du auch den Schwur an Tito geleistet? Danke für die Einladung. Es ist mir eine Freude und eine Ehre heute in dieser Runde zu sein. Bei dir, Hanna mit Tomislav und Faruk. Ja, wir gehören der letzten Generation an. Wie ich es in einem früheren Essay schon beschrieben habe, habe ich den Schwur des Pioniers nicht geleistet. Ich habe niemals den roten Schal um den Hals getragen. Aber ich habe noch einen serbischen Lehrer erlebt, in der ersten Klasse. Da hatten wir sogenannte Ergänzungsstunden in Serbisch. Ich gehöre Ich gehöre zur Generation, die die Auflösung Jugoslawiens, das Scheitern des jugoslawischen Experiments miterlebt hat. Genau in dem Alter, in dem man beginnt, das Leben kennenzulernen, das Leben zu verstehen, haben wir einen Umsturz und die Zerstörung des Lebens erfahren. So war das in Kosova für meine Generation und einige Generationen vor mir. In deinem Essay erzählst du die Geschichte von drei Generationen. Es ist die Generation deiner Eltern, es sind deine Erinnerungen und du erzählst auch über dein neunjähriges Kind. Und du versuchst über diese drei Generationen zu schildern, wie der Bezug zu Jugoslawien ist oder war. Un Jugoslawien war schon mit mir oder mir zu schildern, zu schildern, zu Was ich über Jugoslawien weiß, kommt von der Erinnerung meiner Eltern. Wie es auch im Essay steht, sind sie um die Zeit der Gründung Jugoslawiens herumgeboren. In ihren Erzählungen war immer vom guten Leben die Rede. Von den guten materiellen Bedingungen, dem friedlichen sozialen Klima, der besseren Bildung, den vielen Beschäftigungsmöglichkeiten. Ich selbst bin im Jahr 1982 geboren. 1989 begannen schon die großen Turbulenzen. Es kam die Auflösung Jugoslawiens, gefolgt von den Balkankriegen. meine ganze Kindheit und Jugend waren vom Krieg geprägt, von der Polizeiherrschaft, von Demonstrationen und Protesten, an denen ich auch selbst teilgenommen habe. Meine Kindheit unterscheidet sich grundlegend von der Kindheit meiner Eltern und auch von der Kindheit meines Sohnes. Für ihn klingt es schier unglaublich, wenn er nach meiner Kindheit fragt und ich ihm von den Dingen Erzähle, die wir damals in unserem Alltag erlebt haben. Das, was mein Kind gerade durchlebt, er ist nach dem Krieg geboren, würde ich eine dritte Phase nennen, ein neues Experiment, die Transition in die Freiheit. Für mich immer noch sehr seltsam, weil so weit weg von meiner Zeit und von der Epoche meiner Eltern radikal anders. Und würdest du, Blarina, eigentlich über die Zeit Jugoslawiens noch nachdenken, wenn wir dich nicht eingeladen hätten, dir darüber Gedanken zu machen. Von allem, was ich von meinen Eltern und anderen jugoslawischen Menschen über dieses staatliche Gebilde gehört habe, war das für sie ein gutes Leben, wenn auch nur bedingt für Kosovare. Es ist komisch und seltsam, aber ich erinnere mich klar an die Erzählungen aus meiner Kindheit, in denen dieses gute Leben vorkam. Bis zur Zeit meiner Geburt soll das gewesen sein und ein wenig danach. Wie auch immer, das gute Leben war früher. Es hing mit dem besseren politischen Status von Kosovar zusammen, als es noch die Autonomie besaß. Es gab materiellen Wohlstand und Arbeitsmöglichkeiten. Für meine Eltern brach 1990 ein Leben zusammen. Ihre Karrieren, ihr Wohlergehen, alles fiel wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Alles änderte sich. Nachwirkungen spüren wir bis heute. Es hat sich viel getan in unserem Land, aber die wirtschaftliche Lage ist immer noch prekär. Armut und alle möglichen Probleme machen das Leben schwierig. Beruflich vorankommen, ein Künstler in Kosova sein, das ist immer noch sehr hart. Aber in den Erzählungen meiner Eltern aus jener Zeit und von allem, was ich gehört und gelesen habe, fanden damals Beruf und Berufung ihre verdiente Anerkennung. Darüber zu sprechen fällt mir immer noch schwer. ein Trauma weitergegeben kann, vielleicht kann auch Nostalgie weitergegeben. Nein, das nicht. Vom früheren guten Leben meiner Eltern war in meiner Kindheit gar nichts mehr übrig. In meiner Jugend dominierten die traumatischen Erfahrungen, das beengte Leben ohne Reisemöglichkeiten, dafür mit Protesten und polizeilichen Sperrstunden. Bis zum 17. Lebensjahr, als der Krieg zu Ende ging, sind meine Erinnerungen, ob im Freundes- oder Familienkreis, nur mit Schwierigkeiten jeder Natur verbunden. Mit Angst und Furcht eines Lebens in einer bedrohlichen Welt. Seit 1989, vom Beginn des Zerfalls Jugoslawiens über die vielen Kriege auf vielen Ebenen bis zum Ende des Großen Krieges 1999, lebten wir in einer höchst bedrohlichen Welt. Alles wurde bedroht. Jeder Aspekt des Lebens. Jeden Tag. Die Bedrohung wirkte wie ein Gefängnis. Wir lebten innerhalb der Angstgrenzen unserer Stadt, unserer Häuser, unserer Schulen. Nein, Nostalgie habe ich nicht, versteht sich von selbst. Aber ich habe einen Wunsch. Ich würde gerne die Völker um uns herum, unsere Nachbarn, die Balkanvölker kennenlernen. Auf andere Weise als bisher. Auf anderen Wegen, mit anderen Möglichkeiten, durch Gegenseitigkeit und Austausch. Ich habe einen Weg zu dem Weg. Denn in seinem Essay erwähnte er auch das Wort Trauma. Mich würde interessieren, von welchem Aspekt aus du es beleuchtest. Und natürlich möchte ich dich auch fragen, wie du zum Thema Nostalgie stehst. Ich habe einen Dialog geschaffen zwischen dem Jungen, der damals lebte, Ende der 80er Jahre, 87, 88, 89 und zu Beginn des Krieges, und dem erwachsenen Mann, der heute lebt. Wobei dieser Mann ich selbst bin. Und dieser Junge bin ich wahrscheinlich auch gewesen. Zumindest ist das meine Erinnerung an ihn. Beziehungsweise es ist schwer, jetzt die Verbindung herzustellen. Schimborske und Herbert haben Gedichte darüber geschrieben, wie sie ihre alten Fotografien betrachten, aus ihrer Kindheit und Jugend. Und Herbert schreibt, er habe nichts gemeinsam mit diesem Jungen, der pfeilgerade ist, außer seiner kapillaren Linien. Das Trauma des Krieges, der Nationalismus und alles, was daraus folgte, ist überall präsent. Und man kommt damit unweigerlich in Berührung. Ich habe das auch in einem Text geschrieben. Mein Trauma ist natürlich lächerlich, verglichen mit dem Trauma der Menschen in den Nachbarländern. Denn ich komme aus dem Land, das die Aggression vollzogen hat. Das heißt, ich war selbst nicht im Krieg. Ich wurde nicht beschossen. Aber mir drohten andere Gefahren. Wäre ich etwas früher geboren worden, hätte man mich zum Militär einziehen können, zum Krieg zwingen können. Oder ich hätte vor der Militärpolizei flüchten müssen, die versucht hätte, mich zu zwingen, auf meine heutigen Gesprächspartner zu schießen. Das war die Realität in diesem Land. Ich habe also die Perspektive eingenommen, dass dieser heutige, scheinbar erwachsene Mann versucht zu erklären, was der Junge damals erlebt hat, in den Jahren damals. Und dass er versucht, damit irgendwie zu Rande zu kommen. Denn das war ein Wendepunkt im Leben, dieses Aufeinandertreffen mit dem radikalen Bösen, wenn man plötzlich sieht, wie normale, anständige Leute über Nacht zu Menschenfressern werden, die andere Menschen hassen und töten, die sie nie zuvor gesehen haben, nur weil diese anderen Menschen ein bisschen anders heißen und weil die Propaganda gegen Kroaten und Bosniaken und Albaner omnipräsent ist. Das ist also eine Erschütterung des Lebens, die irgendwie erklärt werden muss. Und ich habe gemerkt, je mehr ich mich damit befasse, je mehr ich darüber lese, desto weniger begreife ich. Und darin bin ich nicht der Einzige. Der bereits erwähnte Sridja Popovic hat etwas Ähnliches gesagt. Sonja Biserko hat beispielsweise in einem Text geschrieben, nach 400 Seiten einer eingehenden Analyse über Jugoslawien, eine fundierte wissenschaftliche Arbeit, für die sie tausende Aussagen diverser Intellektueller aus den Medien zusammengetragen hatte. Sie sagt aber am Ende, es gibt für das, was in Serbien passiert ist, keine rationale Erklärung. Und wie konnte es zu einer derartigen Eruption von Bösem und Nationalismus kommen und zu dieser expansionistischen Politik? Vielleicht ist es auch normal, wenn man das alles nicht begreift. Ich habe auch aus Faruks Geschichte der überfahrene Mann zitiert, den Teil, wo der Protagonist sagt, er werde niemals verstehen, wie es sein kann, dass ein Mensch eines Tages aufwacht, ein Gewehr in die Hand nimmt und seine Nachbarn tötet. Und dabei war bis gestern alles noch normal. Und er werde diese Frage wohl mit ins Grab nehmen. Also, und wenn man jetzt die Dinge so darlegt, ist es seltsam, über Nostalgie zu sprechen. Aber ich muss sagen, es gibt eine Art Nostalgie, nicht nur in Bezug auf eine Kindheit in Jugoslawien, sondern auch im Hinblick auf den Frieden. Nostalgie nach einer Periode der Unschuld, in der du das Glück hast, nicht zu wissen, wer du bist und was du bist, das bezieht sich auf viele Menschen hier und auf die Gesellschaft, in der ich lebe. Das ist diese Periode des Friedens und eine Periode, als es eine stabile Ordnung gab. Und selbst wenn du gegen jemanden warst, konntest du dich widersetzen. Aber es gab eine feste Basis der Werte. Man wusste, wer ein Volksheld ist und wer ein Verbrecher. Man wusste in etwa, was gut und was böse war. Und selbst wenn man damit nicht einverstanden war, so wie es aus richtigen Gründen Menschen mit kritischen Einstellungen getan haben, zum Beispiel Leute aus der Feral-Tribune. Aber man konnte in einen Dialog treten, ganz im Unterschied zu diesem völlig verdrehten System, das, wie Farouk ganz richtig sagt, apokalyptisch geworden ist. Ich meine, hier ist alles verkehrt. Und alles, was anschließend kam, war viel schlimmer als diese Periode der 80er Jahre. Also ist es ganz natürlich, eine Nostalgie zu spüren, sowohl nach der eigenen Kindheit, als auch nach einer Stabilität und einem Frieden, die in dieser Zeit existiert haben. Nun ist es nicht möglich, in der Vergangenheit zu leben. Man muss mit dem, was heute ist, zur Hande kommen. Aber es lässt sich auch nicht leugnen, dass es in jeder Periode damals sehr viele gute Dinge gegeben hat und dass es nicht mit Zerfall und Gewalt hätte enden müssen. Vielen Dank, Tomislav Marković. Und jetzt habe ich allen drei die Frage der Nostalgie gestellt. Zwei haben über das Thema Trauma gesprochen. Es ist aber auch ein Thema, über das Farouk Schechitz schreibt. Ich bin bekannt dafür, das Thema Trauma zu erforschen. Und es klingt so wissenschaftlich. Trauma-Forscher. Toma macht das auch, aus einem anderen Blickwinkel. Wir haben hier unterschiedliche Blickwinkel. Aber unser Objekt ist dieselbe Sache. Die Frage war, was ich nach dieser ganzen Arbeit für Schlussfolgerungen gezogen habe. Das Gleiche, was Toma schon gesagt hat in Bezug auf Sonja Biserko. Ich kann auch sagen, je mehr ich mich damit befasse, mit dem Trauma des Krieges, des Zerfalls Jugoslawiens, und je mehr ich in der Welt herumkomme, desto weniger verstehe ich, desto weniger weiß ich. Aber dennoch ist diese Suche und dieses Bedürfnis, mir und den anderen eine Erklärung geben zu können, nicht vergeblich. Wir müssen das einfach tun. Denn ich habe heute Morgen über Jugo-Nostalgie geschrieben. Jetzt sprechen wir darüber. Nichts ist zufällig. Alles hängt miteinander zusammen. Ich weiß nicht, es ist schwer, das Böse zu begreifen, das sich auf deine Schultern stürzt. Und du kannst es nicht experimentell, mathematisch, wissenschaftlich erklären. Denn wir reden nicht von Chemie oder Physik oder von Bergbau, sondern wir sprechen von etwas, das eine Frage der Gefühle, der Emotionen ist. Eine Frage des Erinnerns, der menschlichen Eigenschaften. Wir, die wir hier sind, werden uns immer damit befassen, auf unterschiedliche Weisen. Wenn ich mir anschaue, was ich vor 15 oder vor 20 Jahren gemacht habe, das ist diametral entgegengesetzt. Die Art, wie ich es mache, ist ganz anders. Aber manche Dinge sind ähnlich. Es gibt Berührungspunkte. Es ist wie ein großes Buch, ein unvollendetes Buch, das wir alle Schriftsteller gemeinsam schreiben. Von Triklav bis Kevgelia, wie man so schön sagt. Ganz gleich, worüber wir schreiben. Sogar diejenigen, die über Blumen und Vögelchen schreiben, über rauschende Bäche. Auch sie sagen etwas aus. Aber leider interessiert mich diese Art von Literatur nicht. Aber das ist nicht die Ohnmacht des Offensichtlichen, wie du gesagt hast. Aber vielleicht ist es die Ohnmacht ihres Offensichtlichen. Dass sie sich nicht trauen, in die Brennnesseln zu gehen und auch über diese Dinge zu schreiben. Aber auch das sagt etwas aus über eine Weltanschauung, über dieses schreckliche Gebot des Schweigens, das es gibt und das es überall gibt. In unterschiedlichen Dingen. Ganz gleich, wie tief wir im Trauma graben, es lässt sich nicht ausgraben. Wie Thoma gesagt hat, die Politiker können die Welt besser machen. Wir können sie nicht noch besser machen. Wir haben sie schon besser gemacht, indem wir alles gegeben haben. Wir können nicht noch mehr geben. Wir sind limitiert. Wir können nicht die Gesellschaft heilen. Wir sind keine Psychiater, kosmische, gigantische, wenn die Politik anders wäre. Aber wir wissen, die Politik wird sich nicht ändern. Ich bin ein realistischer Pessimist. Ich liebe die Zukunft. Ich hoffe auf eine leuchtende Zukunft. Aber ich denke, nicht in unserer Region. Faruk, du hast gerade gesagt, dass die Schriftsteller keine Psychiater sind, dass sie alle heilen können. Da würde ich dir recht geben. Aber ich glaube, dass sie, wie schon erwähnt, ganz schön viel Trost geben können. Und ich werde diese Gelegenheit nutzen, mich dafür bei euch zu bedanken und unser Publikum einzuladen, auf unserer Webseite die Texte, über die wir heute gesprochen haben, nachzulesen. Vielen Dank, dass ihr heute mit uns dabei seid, dass ihr mit uns dabei wart. Viele Grüße nach Sarajevo, nach Beograd, nach Belgrad und nach Priština. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.